Jetzt mal ein ganz kurzes, kleines Update zur aktuellen Marktsituation. Ich habe jetzt gerade ganz kurz den Ton ausgemacht von meinem Laptop, deswegen habe ich mich jetzt direkt am Anfang versprochen. So fängt das Video schon mal gut an. Können wir auch gleich so weitergehen lassen. Weil ich habe es mir schon fast gedacht, dass gleich noch eine WhatsApp reinkommt. Also, wir sind jetzt hier tatsächlich bei Bitcoin unter 50.000 und ich persönlich sehe das Ganze nicht positiv. Also, es gibt einen Unterschied, ob ich das Ganze optimistisch sehe oder pessimistisch und ob ich es positiv oder negativ sehe. Generell, wenn irgendwas nach unten geht, sehe ich das Ganze negativ. Das bedeutet aber nicht, dass ich langfristig pessimistisch eingestellt bin. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, denn generell zu Krypto bin ich sehr, sehr positiv, sehr, sehr optimistisch eingestellt. Jedenfalls langfristig. Wir gucken mal ganz kurz auf den Bitcoin-Chart. Papa Elon hat uns mal wieder Steine in den Weg geworfen. Wir gucken hier auf den Ein-Tages-Chart. Gestern der Bitcoin noch so etwa bei 55.000 Dollar, so vor einem gesamten Tag, 24 Stunden, fast bei 56.000. Ich erinnere mich auch noch an die 57.000. Ja, ganz genau. Das war hier fast sogar bei 58.000 gestern. Also, man sieht, hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Bitcoin in den letzten, ja, paar Stunden. Und dann kam Elon. Papa Elon hat mal wieder was getweetet. Hier von 55.000 runter auf 47.000 beim Bitcoin. Und wir sind jetzt immer noch unter 50.000. Und ganz ehrlich, ich finde das schrecklich. Ich finde es richtig, richtig schlimm, dass wir eben hier bei Bitcoin so einen verdammt niedrigen Preis sehen. Natürlich ist es für jeden, der jetzt gerne nachkaufen möchte, eine relativ gute Sache. Noch mal ganz kurz zur Story, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat, obwohl 100 Leute darüber geredet haben, auch der Blog-Trainer live gemacht hat und so weiter. Elon Musk hat gesagt, dass Tesla weiterhin keine oder jetzt keine Bitcoins mehr benutzt für Payments für die Cars. Also, um auf Deutsch zu sagen und nicht so viel Anglizismen einzubauen, Tesla benutzt oder nimmt jetzt keine Bitcoins mehr an, kann man so sagen. Die haben natürlich weiterhin noch Bitcoins und werden die auch nicht verkaufen, jedenfalls nicht so schnell, aber nehmen eben jetzt keinen neuen für Zahlungen an. Und Elon Musk sagt deswegen auch, ja, Bitcoin, das ist doch so schlecht für die Umwelt, die ganzen Miner verbrauchen so viel Strom, so viel CO2-Ausstoß, dies, das, Ananas ist nicht vertretbar. Und hat dann auch ein paar Stunden später so eine insane dumme Grafik gepostet, wo irgendwie Bitcoin-Stromverbrauch gezeigt wird, dass es so gestiegen ist, es ist so insane und was weiß ich was. Und ich habe schon mal ein Video zu dem ganzen Thema gemacht, deswegen ziehe ich das ins Lächerliche, muss man dazu sagen, weil das sind immer so Argumente, die sind schon jahrelang da, die gibt es schon und wurden schon von hunderttausenden Quellen widerlegt, nur es kommen halt immer wieder die Leute und springen auf diesen Zug auf. Ganz ehrlich, für mich ist dieses Argument, der Bitcoin-Stromverbrauch ist doch so hoch, das ist so schlimm für die Umwelt, ist für mich irgendwie, als wenn irgendjemand behauptet, ja, die Erde ist eine Scheibe. Also ganz ehrlich, es ist, ja, schon approved quasi, dass die Erde keine Scheibe ist, es ist approved, dass Bitcoin eben jetzt nicht so umweltschädlich ist, wie es viele Leute darstellen, trotzdem kommt dieses Argument immer wieder und das ist einfach nur dämlich. Man muss dazu sagen, dass man die Schuld nicht immer nur auf Bitcoin schieben muss, denn ganz ehrlich gesagt, wenn jetzt Bitcoin nicht da wäre, dann würden die Leute irgendeinen anderen Coin meinen. Also nur mal so viel zum Thema, das ist jetzt keine Schuld per se vom Bitcoin und Bitcoin hat diesen hohen Stromverbrauch, weil Mining natürlich ein Business ist, wo Leute sich dumm und dämlich verdienen mit ihrer Hardware und den aktuellen Strompreisen, gerade zu diesem Kurs. Und natürlich auf der anderen Seite macht es natürlich den Bitcoin ultra, ultra sicher. Es ist also nicht so, als würde diese Power irgendwie verschwendet werden und man hätte davon nichts, sondern das Bitcoin-Netzwerk ist enorm resistent, enorm Zensur. Und hier, wie sagt man es denn? Changeable sagt man auf Englisch. Man kann es auf jeden Fall nicht mehr ändern. Transaktionen, die geschrieben werden, sind quasi nicht umkehrbar beim Bitcoin. Das ist, wenn wenig Rechenleistung im Netzwerk ist, theoretisch ein Angriffsfall, den man durchführen könnte, aber aktuell bei der Hashrate absolut undenkbar. So, also wir sehen Elon Musk, Papa Elon, macht mal wieder richtig viel, ja, ich sag es mal einfach so auf gut Deutsch, macht absoluten Scheißdreck auf Twitter, so wie man es gekannt hat. Hat vor kurzem noch Dogecoin gepumpt. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, Finger weg von Dogecoin. Dogecoin war damals bei 50 Cent, jetzt sind wir nur noch bei 40. Also jeder, der auf mich gehört hat, hat scheinbar 20 Prozent gespart. Und viele Leute haben ja auch in den Chat geschrieben, wahrscheinlich in den Chat, in die Kommentare, imagine man hätte auf dich gehört und ja, wenn man auf dich hört, wird man arm und was weiß ich was. Ja klar, Dogecoin ist nach meinem Video auch auf 70 Cent gegangen, 1,70, das wäre cool, nee, auf fast 73 Cent hoch. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, vielleicht habe ich das Video genau zur falschen Zeit veröffentlicht, aber eigentlich auch zur richtigen Zeit, weil ich habe, ich wollte schon sagen, ich habe Geld damit verdient, aber eigentlich habe ich damit gar nichts verdient, mein Kanal ist nicht monetarisiert, ich habe nicht mal die 1000 Abos. Nee, aber ich habe gut Klicks gemacht und das bringt auf jeden Fall auch was, denn ich mache schon so lange Videos und möchte endlich mal diese Monetarisierung von YouTube haben. Nicht, weil ich jetzt geldgeil bin, sondern einfach nur, weil ich mir das wünsche, weil ich das gerne auch mal selber machen würde, einfach mal so ein paar Cent mit YouTube-Videos zu verdienen. Wäre doch eigentlich eine coole Sache, besonders als ich, als alter Kapitalist, wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir wünschen würde und ist halt absolut noch nicht da. Ja, gut, es kommt wahrscheinlich jetzt wieder schlecht an, ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder Hate-Kommentare und so weiter. Oh, du bist so geldgeil, ja okay, von mir aus. Gibt ja nicht andere YouTuber, die jeden Tag irgendein Video über den Preis machen und dann sagen, Oh, der Preis ist heute mal wieder um 0,0000001 Cent gefallen, jetzt gibt es Panik am Markt. Also ganz ehrlich, solche Videos gibt es wie Santa mehr auf YouTube und ich finde es total affig, irgendwie die ganze Zeit solche Videos zu gucken. Aber gut, kann mal passieren, kann man machen, kann man auch nicht machen. Was man sieht, was natürlich enorm aus der Masse raussticht, ist Cardano. Wir können mal ganz kurz gucken, die letzten 24 Stunden waren nur Nano besser und danach eben Cardano. Wir können mal ganz kurz bei Nano reingucken. Nano hat früher Rayblocks geheißen im Jahre 2017 und die hatten die All-Time-High bei, gucken wir mal ganz kurz, 33 Dollar. Okay, also das hier ist ein Witz. Gut, und dann kommt Cardano. Die haben wir heute auf jeden Fall ein All-Time-High gemacht, das weiß ich ganz genau, denn ich bin ja Cardano-Hodler und ich gucke heute schon den ganzen Tag auf mein Portfolio, eine Sache, die ich eigentlich generell immer tue, vor neun Minuten, All-Time-High, hier bei 1,96, kurz unter den 2 Dollar nochmal rejected, aber ich glaube arg lange wird es nicht mehr dauern, bis wir die 2 Dollar erreichen. Aber auch da werden wir sehen, ich bin ja kein Anlageberater, deswegen kann man es nicht wissen. Aber wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Cardano und persönlich freue ich mich darüber, dass Cardano quasi so ein kleiner Lichtblick meines Portfolios ist. Ich habe, wie gesagt, auch heute ein Portfolio All-Time-High erreicht. Da bin ich zwar jetzt nicht mehr ganz, weil Cardano, wie gesagt, von 1,96 jetzt nur noch bei 1,91 ist. Aber wie gesagt, trotzdem, ja, ist schon okay, ist schon okay. Also, ich persönlich hoffe natürlich, dass Bitcoin weiterhin steigt, dass wir bei Bitcoin auch gerne noch die 100.000, die 200.000, die 300.000 sehen. Ich glaube nicht, dass es so schnell kommt. 100.000, okay, könnten wir auf jeden Fall noch dieses Jahr reichen, vielleicht sogar noch in 2, 3 Monaten. Das kann natürlich keiner wissen, was da noch für News kommen oder wer da noch alles Bitcoin kauft in der nächsten Zeit. Es gibt momentan so ein paar Faktoren, wo man sagen würde, ja, Bitcoin ist vielleicht nicht so stark am Steigen in der nächsten Zeit. Ja, wird man sehen. Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, hier, Bitcoin hat einen Coin-Market-Cap oder hier einen Market-Cap von fast einer Billion. Ja, ich kann schon nicht mehr reden. Ich habe mir auch gerade beim Sprechen aus Versehen auf die Backe gebissen. Perfekt, gut gelaufen für so ein Video. Also, auf jeden Fall hier 1 Trillion. Und wenn man das Ganze verdoppelt, sind es halt 2 Trillion und das ist halt enorm viel. Das ist quasi, ja, das, was der Kryptomarkt insgesamt wert ist, wäre dann nur ein Bitcoin, wenn es eben 100.000 wert sind. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Damit wäre Bitcoin, glaube ich, sogar das Teuerste, was es auf dieser Welt gibt. Bin ich mir zwar gar nicht sicher. Ich weiß nicht, gibt es eine Firma, die 2 Trillion hat, also 2 Billionen. Vielleicht Apple, wenn es gut läuft. Ich glaube, die sind aber ein bisschen drunter. Also, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da in der nächsten Zeit noch geht. Und Ethereum hat ja ihr All-Time-High bei, ich glaube, 4,4 oder sowas. Ne, 4,3,6. Okay, perfekt. Habe ich noch gut im Kopf gehabt. Da sind wir natürlich auch gut runtergegangen. Alles unter 4, würde ich sagen, ist ein bisschen schade, persönlich. Ich persönlich bin davon auch überzeugt, dass Ethereum, Bitcoin in diesem Zirkel, ja, das klingt scheiße auf Deutsch, Cycle, sagen die Amerikaner immer, dass Ethereum auf jeden Fall Bitcoin flippen könnte. Oder zum Beispiel auch Cardano den Bitcoin flippen könnte. Oder der BNB den Bitcoin flippen könnte. Das sind natürlich jetzt alles absolute Spekulationen, weil so ein Cardano würde noch mal 20 brauchen. Ein BNB bräuchte mal 10. So ein Ethereum bräuchte ja gerade mal mal 2,5 vielleicht. Dann wären wir über Bitcoin. Wenn sich halt der Bitcoin nicht bewegt. Also, das fände ich am realistischsten, dass vielleicht Ethereum mal Bitcoin in den Rang abläuft. Aber so schnell erstmal nicht. Also, ich glaube nicht, dass es nächste Woche passiert. Ich glaube nicht, dass es nächsten Monat passiert. Aber es könnte sein, dass wir mal für ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen Ethereum vielleicht an der Spitze sehen. Ob das jetzt, ja, gut so ist und ob das alles gerechtfertigt ist, ist dahingestellt. Ich bin, ja, auf jeden Fall Ethereum-Freund. Das muss ich dazu sagen. Ich sehe an Ethereum auch locker bei 10.000. Natürlich jetzt nicht direkt heute. Das ist alles nur ultra long-term, was ich euch jetzt hier erzähle. Aber, ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch zurück an so einen anderen Coin, der vor kurzem in den Top 10 aufgeploppt war. Das war der Internet-Computer. Der ist jetzt Platz 9. Der hat sich gar nicht gut gemacht die letzten 7 Tage. Können wir mal ganz kurz reingucken. Ja, hier ungefähr ist der gestartet bei 700. Jetzt sind es nur noch 300 circa. Hat sich nicht so gut gemacht, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Naja, also man sieht halt auch, so neue Coins bringen es halt teilweise echt noch nicht. Und ich würde da jetzt auch nicht... Stellt euch mal vor, hier so 35 Milliarden, das ist enorm viel. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, wo Ethereum vor einem Jahr stand. Ich glaube, Ethereum war vor einem Jahr... Lasst mich nicht lügen. Können wir ja nachgucken, bevor ich jetzt hier lüge. Bei... Ah, da steht nur das Volumen. Kriege ich ja auch irgendwo das Market Cap. So, Market Cap. War bei 22 Milliarden. 22, das ist enorm wenig. Das ist weniger als hier so ein Uniswap. Das war vor einem Jahr undenkbar. Also Ethereum hat mal 20 in einem Jahr gemacht. Ich bin gespannt, was passiert. Auf jeden Fall, ja, gute News für alle Leute, die gerne billig nachkaufen. Es gibt einen mega Sale hier am Kryptomarkt. Jeder, der schon mal billig Krypto kaufen wollte, hat jetzt die Chance dazu. Ich habe heute tatsächlich auch wieder für 100 Euro Bitcoin gekauft. Habe das heute mal zum ersten Mal ausprobiert bei Trade Republic. Einem Broker, bei dem ich jetzt schon eine ganze Weile bin, wo ich auch immer Aktien und ETFs bespare. Und wir haben jetzt auch Krypto. Und ich wollte einfach mal gucken, wie ist die Experience, wie funktioniert das Ganze. Ist es wirklich so einfach wie Aktien? Und ich habe das Ganze ausprobiert und funktioniert in meinen Augen jedenfalls wunderbar. Das ist keine Schleichwerbung oder sowas an der Stelle, sondern ich wollte euch einfach nur sagen, ich habe Bitcoin nachgekauft. Was ihr mit dieser Information anfangt, ist euch selber überlassen. Aber kann man mal machen, wenn, wie gesagt, der Preis so weit fällt. So, kleines Update ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War heute mal wieder, ja, nicht so viel Content gefüllt, aber scheinbar mögen es ja viele Leute nicht, wenn ich Content in meine Videos einbringe, wie bei Dogecoin. Da habe ich dieses und dieses und dieses Argument anaufgeführt und dann kamen die Leute, äh, das stimmt doch gar nicht, äh, du bist dein Hurensohn. Ich weiß nicht, ob ich das sagen hätte sollen, gerade eben diese Beleidigung. Ja gut, die stand in den Kommentaren. So ist es nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwie ausdenken würde. Kommentare, die Beleidigungen sind, äh, habe ich natürlich entfernt. Das ist auch logisch, ich muss mir keine Beleidigung von irgendwelchen Leuten, äh, in meinen Videos anhören. Da könnt ihr gerne irgendwo anders, äh, Kommentare schreiben, mir egal. Also generell schon, generell bin ich sehr, sehr offen für Kommentare. Ich beantworte auch sehr, sehr, sehr viele Kommentare, so gut wie alle. Ähm, oder zeige wenigstens ein bisschen Response. Meistens kriegen sie noch ein Herz oder sowas, aber, ähm, hier jetzt irgendwie Hate-Kommentare, die haben hier keinen Platz. Die haben auch generell im Krypto-Space keinen Platz, ähm, weil diese Leute, die Hate-Kommentare schreiben, finde ich persönlich, sind wahrscheinlich ein bisschen, ähm, zu kurz im Krypto-Space, um mal so ein bisschen das größere, bigger Picture zu sehen, das hier vielleicht gerade abläuft. Es ist nicht so, ja, ich investiere jetzt in einen Coin und ich werde schnell reich, sondern, äh, ja, Krypto soll eine Möglichkeit sein, aus diesem Finanzsystem, was eigentlich so ein bisschen broken ist, oder nicht nur ein bisschen broken, sondern schon ziemlich broken ist, so ein bisschen auszubrechen, ähm, und auch, ja, ein freies Geld zu haben, man von keinem Staat dieser Welt überhaupt, ja, wie soll man sagen, unterdrückt werden kann. Äh, wer es nicht wusste, wir hatten bis zu den 70ern, hatten wir Goldstandard, also jedenfalls, äh, die Amerikaner, und das war halt eine, ja, richtige Scheißaktion, dass dieser Goldstandard aufgehoben wurde, und ich persönlich bin auch für einen Bitcoin-Standard oder sowas. Weil der Bitcoin ist als Zahlungsmittel natürlich nicht sehr brauchbar, muss man, muss man einfach dazu sagen. Äh, wir haben relativ slowe Transaktionen, und wir haben relativ hohe Transaktionsgebühren. Das ist tendenziell nicht schlimm, weil es gibt natürlich so Lösungen wie das Lightning Network und so weiter, ähm, aber stellt euch mal vor, ich müsste jetzt meinem Opa nicht nur erklären, wie man Bitcoins kauft, wie man Bitcoins speichert und verwaltet, und wie das alles mit den Private Keys läuft und so weiter, sondern muss dann auch nur sagen, okay, jetzt hast du das ganze Zeug mit Krypto verstanden, jetzt, ähm, gibt's hier noch das Lightning Network, und hier hast du Payments Channels, und, äh, du musst noch Liquidity in den Channel packen, und sonst kann man da nicht richtig überweisen, und, und, und. Äh, also, Jungs, das ist einfach viel zu kompliziert in meinen Augen. Das ist einfach jetzt nicht massentauglich. Und deswegen ist jetzt gerade Bitcoin, ähm, kein, ja, System, was man für jede Transaktion benutzen könnte. Und jeder da, der da was anderes schreibt, ganz ehrlich, ähm, der hat einfach keine Ahnung, weil, wenn ich jetzt für eine Transaktion hier im Bitcoin-Netzwerk 10 Euro bezahle, aber mir irgendwie einen Kaffee holen möchte, äh, der Kaffee kostet vielleicht 2, 3 Euro, und der Bitcoin, äh, also die Transaktion kostet 10, das steht ja in keinem Verhältnis. Und das ist momentan halt einfach der Fall. Klar, ich hab das Wissen für Lightning, ich könnte Lightning benutzen, aber es ist trotzdem scheiße. Es ist einfach nicht so, dass es massentauglich ist, jetzt gerade straight in this moment. Und, ähm, das muss man einfach sehen. Klar kann man auf die Zukunft spekulieren und sagen, in der Zukunft ist es ja so und so und so. Ja, ganz ehrlich, ich hab ja Bitcoin. Es ist ja nicht so, als würde ich keine Bitcoins haben, als hätte ich jetzt nur Carbano. Ich bin kein Cardano-Maxi oder sowas. Ich hab, äh, drei oder vier verschiedene Coins. Bitcoin, Ethereum, BNB und Cardano besitze ich tatsächlich alle von diesen vier. Und sonst besitze ich nix. BNB besitze ich nur, weil ich eine Kryptokreditkarte hab von Binance, mit denen ich Krypto-Cashback krieg. Ansonsten hätte ich diesen Token gar nicht. Und ich glaube, ich hab den gekauft bei 300 Dollar oder sowas. Und der hat sich jetzt auch schon verdoppelt. Nur, ich brauch ihn halt actually nur für diese Kreditkarte, ähm, diese eine BNB. Und ansonsten hab ich Bitcoin, Ethereum und Cardano. Und das war's auch schon. Also, ich hab jetzt nicht irgendwelche Shitcoins. Gut, ob ihr jetzt sagt, hier, äh, du hast kein Dogecoin. Dogecoin ist doch gar kein Shitcoin, dies, das. Was? Nee, ich hab ja nicht gesagt, dass jeder Coin, den ich nicht halte, ein Shitcoin ist. Naja, okay. Und es gibt vielleicht irgendwelche Leute in den Kommentaren, die sagen, ah, Bitcoin ist doch ein Shitcoin, Ethereum ist ein Shitcoin, Cardano ist ein Shitcoin. Ja, ich denk mir auch immer, ähm, gerade wenn ich irgendwelche Leute sehe, die Code, äh, hier im Sinne von, ähm, ja, hier von, ja, Code ganz normal, äh, irgendwie als Shit und als Scheiße bezeichnen, denk ich auch immer so, ja, liebe Leute, ähm, versucht sowas selber mal auf die Beine zu stellen. Stellt euch einfach mal vor, wie viel Arbeit sowas ist. Ähm, Ethereum ist nicht allmächtig und Ethereum ist auch nicht, ähm, ja, das Werkzeug und die Lösung für alle Probleme. Trotzdem ist Ethereum ein sehr, sehr schönes Stück Technik, das wir hier haben. Äh, genauso ist es mit Cardano, genauso ist es mit dem Bitcoin. Und, äh, ja, sowas ist weltbewegend. Und wir müssen es uns einfach mal vor Augen setzen oder vor Augen halten. Ähm, wenn ihr Ethereum scheiße findet und sagt, ja, Ethereum, das ist doch richtiger Schrott wegen dem und dem und dem, dann, ganz ehrlich, kauft es doch einfach nicht. Das ist doch gar nicht so schwierig. Dann kauft doch lieber ein Cardano oder kauft einen, äh, Polkadot oder kauft einen ICP oder kauft einen ICP. Fällt mir gerade auf. Ist eigentlich voll der Scheiß, ist eigentlich voll die Scheißabkürzung. Ja, okay. Kann man natürlich machen. Okay. Äh, ja, okay. Äh, passt schon. Das basiert auf, dieses Lachen basiert auf einem Meme, was ich letztens gesehen habe. Äh, ja, irgendwie, irgendwie ist die Abkürzung scheiße. Wenn man, wenn man Englisch kann, findet man die Abkürzung wahrscheinlich scheiße. Ähm, so. Und, äh, EOS könnte man dann theoretisch kaufen. Man könnte vielleicht auch ein V-Chain kaufen. Bin ich jetzt aber nicht so tief in dem Thema. Man könnte ein Tron kaufen, wenn man Smart Contract Plattformen cool findet. Also, es gibt Alternativen. B, B, habe ich schon fast vergessen. Binance Smart Chain. Natürlich, hier laufen auch Smart Contracts. Also, wenn ihr Ethereum als Smart Contract Plattformen scheiße findet, dann kauft einfach irgendeine andere. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. So, jetzt aber wirklich. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video.